Jaaa! Ich bin preparing! Hä? Du bist preparing? Das kann aber nicht sein. Bei mir bist du Terrorist. Ja, ich bin Terrorist. Ja, bei mir bist du auch Terrorist. Oh! Hier ist ein Spiegel! Diesmal bin ich nicht so dumm und red mit mir selbst. Oh mein Gott! Oh! Wo ist denn ein Pony eigentlich? Hallo! Ich mach das Licht aus und schließe die Tür. Hi! Oh! Leute, ich will auch mal wieder Traitor sein. Wenn jetzt was passiert ist, wissen wir nicht wer es war, oder? Ja! Ja, das ist... Aber dann wissen wir, dass es ich nicht war. Dass es ich nicht war, das ist richtig. Alter, auf mich zu besteigen. Wo sind denn die Wappen? Wo sind denn die Wapp-Bapp? Ich seh die Augen gar nicht mehr. Ach da. Nein! Da hat es Licht angemacht. Natürlich immer der brave Schüler. Ich find das gut, dass... Wer geht da raus? Was? Niemand spielt. Wir sind alle noch drin. Wir sind alle noch drin. Wo seid ihr? Paukt ihr gerade, oder was? Wir sind im Klassen-Symbol und spielen mit dem Licht rum. In welche? In einer der Tausend. Wo muss ich denn Thomas reinbauen? Ah! Arion. Das klingt schon so verdächtig. Na natürlich. Rieper. Ah scheiße. Ciao. Habt ihr was gehört? Nein, wo gehst du hin? Ich geh schwänzen. Haule! Oh Gott. Das war da hinten. Wer war's? Was Chris? Irgendwann hat ihr eine holi. Wie spielt sie gewählt? Nie, Mondmeyer. Mondmeyer. Mondmeyer war's. Wer war's denn jetzt? Er hat einfach alle auf jeden Fall geballert. Mondmeyer. Ich dachte nämlich Mondmeyer wäre jetzt tot. Naja, aber nicht. Ich bin der überlebende Enozener und jetzt sterbe ich! Das Feuer ist wirklich gar nicht sterben. Hä, ich hab doch was gesagt. Echt du hast was gesagt? Ja, ich hab grad... Aua! Spring in den Tod! Mach... Mach mir die Kate! Los! Oh, ich hab den Computerraum gefunden. Mach mir die Kate! Los! Aua, Aua, Spezivas! Meinte ich, Aua, Aua, Spezivas! Aua, Spezivas! Aua, Spezivas! Das sag ich doch auch öfters nachts, ne? Aua! Ich weiß nicht, was wir haben! Ich weiß nicht, was wir haben! Aua! Jetzt würde ich dich so gerne töten, ja? Ja, ich dich auch, also Poli Love's Geschichte, Leute! Das hier nicht, wie Poli Love's Geschichte! Ich hab doch gar nichts gemacht! Ja, 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 ja! Alter, schaut mal in die Monitore hier rein! Das ist... Das ist dope! Das ist auch dope! Alter, ich glaube, er kennt mich gleich! Ja, ich glaube auch! Wo seid ihr denn schon wieder? Ich hab ja nen Grafik-Bug! Ich kann ja nach draußen gucken! Was? Wo? Wo bist du denn? Wer will hier grad die Tür aufmachen, so wie ich? Ich! Hi! Spezi! Mach mal Vertrauenstest! Okay, was... Was willst du machen? Hast du das auf einen Vertrauenstest? Ja, aber was? Ein Vertrauenstest? Lauf! Ihr seid irgendwo dahinten! Ich vertrau dir! Du hast nicht sofort geschossen! Du bist mir sympathisch! Ah, da seid ihr! Wo ist hier der Grafik-Glitch, Rayon? Da hinten! Wo ist da ein Grafik-Glitch? Ah! Das sind Schränke, Rayon! Die spiegeln sich so! Das... Das gleiche ist in den Monitoren! Da ist noch ein Grafik-Glitch! Guck mal! Halt's mal aus! Da, dein Gesicht! Schau mal in die Monitoren! Das ist auch dope! Das ist nicht dope! Doch, das ist dope! Das spiegelt in der... Da... Da ist ein Blutfleck! Macht Mondmeier hier! Ich seh die Haare durch die Wand! Ja, ich seh die Schau gerade durch die Wand! Oh Gott! Ich hab übrigens noch immer keine richtige Waffe, Leute! Wir sollten noch mal... Nicht so dicht beieinander sein! Ah, da Scheide! Nein! Wer war das? Er hat sich selbst... Was? Wer hat sich gerade selbst getötet? Rayon? Wie war's denn? Ich war's nicht! War kein Trader! Mondmeier war Trader! Mondmeier? Die Scheiß-Lämme ist gegen dich abgeprallt und zurückgeflogen! Ja, doof, ne? Was ist jetzt mit Pony-Love, hä?! Ja, wir sind beide gestorben! Ja, wir sind beide gestorben! Ja, wir sind beide gestorben! Bist du tot und scheidet, oder was? Hoppla! Außerdem wärst du so oder so durch die Lämme gestorben, weil der Explosions-Radio ist. Ja, aber Pony-Love, was ist damit? Ich hab die weit weg von mir geschmissen! Leute, das hört ihr in den Kommentaren! Äh, von Winden und so prallt die ab! Ja, aber, ja, ja, ich weiß, aber ich hab sie ja auf den Boden geworfen, aber leider ist sie irgendwie auch von Personen abgeprallt! Ja, ja, bin natürlich wieder inno! Was ist eigentlich los mit dem Server? Ich glaub, irgendwer hackt, dass er die ganze Zeit Trader ist, oder dass ich nicht Trader bin! Ah, ich bin schon wieder Trader, ich shit away! Ja! Warte, wo vertrauensdestest, guck mal! Warte! Guck, jetzt kannst du deine Pony-Love beweisen, okay? Machen wir das Vertrauens-Test, wir bewegen uns jetzt beide nicht! Ja! Jetzt fängt das wieder an! Geil! Äh, Leute, Leute! Wir könnten Spezi töten, nachs Pfand! Warum ist denn deine, dein ist gleichzeitig mit in die Luft geflogen? Ja! Eine Granate löst ein anderer aus, wenn es da liegt! Ja, okay, das heißt, du hattest auch nur ein Disco? Ja! Du vertraustest, siehst du mal! Äh! Spezi verfolgt mich übrigens! Ich weiß auch nicht, wann das liegt! Ich bin hier eine ganze Menge verdächtig! Ihr spielt seit irgendwie keine Waffe! Das ist verdächtig, ne? Als würde deine Waffe verstecken! 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 Ihr habt beide keine Waffe, das macht mehr an! Ich hab ne Pistol, guck! Ah, du hast ne Pistol! Ich hab das hier! Wollen wir kuscheln? Oh! Gibt das? Ähm! Ding! Ja! So! Riffle! Jetzt hat er sich ne Riffle geschnappt! Der ist aber tot! Ist das ne Shot Rifle? Nein, das ist ne Riffle! So ist fein, Spezi! Feiner Junge! Gib ein Leckerli! Ich würde dich jetzt so gerne schießen! Ich bin so fein! Ich bin so fein! Pass auf! Pass auf da oben! Oben? Was ist da? Ja da 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 da! Oben! Wo ich hingucke! Irgendwie! Mutmeier ist tot! Spezi! Nein! Oh shit! Ich bin weg! Nein! Ihr Wichs! Womit hast du grad geschossen? Alle mit den Silenced Crossbow! Alter dieser dreckige Crossbow! Das sagt ja auch noch der Z-Trainer! Die kleine Pisshure! Weil sie ist voll OP mit dem scheiß bekackten... Was hatte ich vorhin? Nahkampf, Messer, Dingsbums kann man nicht direkt töten... Aber mit dem scheiß Crossbow tötet man direkt... Ja der Crossbow, ne? Den sollte man rausnehmen! Ohne Mist, Chris! Wenn ich das nächste Mal Traitor bin, bist du der Erste, der stirbt! Ja! Wenn ich das nächste Mal Inno-Saint bin, bist du der Erste, der stirbt! Und wann bist du das nächste Mal Traitor? Vielleicht hake ich ja den Server! Ja! Ist ja sein Server! Natürlich, Hexar! Ich will mir nicht wieder Inno-Saint! Chris, komm her! Chris, ich töte dich! Ich will nicht mehr in den Traitorraum! Ich brauche eine Waffe, Leute! Ich brauche eine Waffe, Leute! Du bist kein Hinweis, werde ich Trist töten, also wundere ich es! Nein, wir sind nicht! Ey, das ist einig! Ey, das ist einig! Ist es für Traitor oder was? Achso! Rayon! Komm raus und bist du tot! Nee, komm ich nicht raus! Okay! Wenn Chris mich gleich töte, ist er Traitor, ne? Ich bin eh ungefürchtet durchs Fenster! Chris schieß! Ja, Chris ist es! Sag ich doch! Das war grad ne Disco! Chris ist ja schon zum 28. Mal Traitor heute! Ja, natürlich bin ich das! Das war ne Plasma, ich hab sie gehört! Das war ne Disco! Nee! Das gerade war ne Plasma danach! Achso, ja, das war nicht von mir dann! Doch! Alles kommt aus seinem kranken Hirn! Pony! Aus meinem Hirn fallen! Der Kombulator kommt aus meinem Hirn! Pony, ich folg dir aber unauffällig, ne? Wenn ich tot bin, was Chris, egal wer mich schießt! Oh Gott! Weg, 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 weg! Warum, warum, warum? Ja, hier, hier! Is Chris da drin? Da bist du ja ich wundet! Chris hat mich angeschossen! Ja, weil du mich angeschossen hast! Ich darf das! Halt's Maul! Klappe! Du hast keine Rechte, du hast da! Dich! Nein, Rayon! Nein! Nein! Wenn du mich anschießt, baller ich! Wenn du mich anschießt, töte ich dich! Ja, weil Rayon auf mich geschossen habe! Also ich bring dich um, wenn du mich jetzt tötest, ne? Ich bring dich um, wenn du mich tötest, ist ja klar! Alles klar! Ich fahr mit 300 Sachen nach Oberösterreich und knall die eine rein, wenn du mich jetzt tötest! Halt's Maul! So! Wohin denn der Wichs kommt jetzt schon wieder! Alter! Wie im Kreis aneinander vorbeiläuft, ist echt traurig! Ich hab dich outmoved, Rayon! Alter! Ja du! Ja genau! Alter! Bleib weg von mir! Chris hat mir Schaden gemacht! Rayon springt runter! Chris hat mir Schaden gemacht! Chris hat mir Schaden gemacht! Chris hat mir Schaden gemacht! Also wenn irgendjemand gleich stirbt, war's Chris, oder? Ich hab ein Hühnchen gehört! Okay, und wo? Spezi, hi! Egal ob du mich jetzt tötest, es war Chris, versprochen! Also wenn ja, wie ihr bei dir zusammen seid, dann muss es Spezi sein! Nee, es ist Chris, egal wer es ist! Nee, Mondmeyer, ich bin bei dir die ganze Zeit hier! Ich will Chris töten, einfach so! Ich hab so die Lust dazu gerade! Okay, das heißt keiner war bei irgendjemand anders, oder was? Darf ich Chris töten, einfach so? Bitte! Leute! Ich bin inner! Rayon! Ich bin's nicht! Ich schieß einfach hoch hoch! Ja, ich auch! Ich trau euch nicht! Mondmeyer, wahrscheinlich jagst du gleich hier den Thomas rein! Nee! Ich geh extra weg, damit du nicht den Thomas hier reinjagst! Ja, ich könnte ihn einfach töten! Einfach so! Voll legitim! Ja, nur so! Ja, du bist auch nicht so ganz sauber! Rayon! Rayon! Ich bin's! Was passiert da drin? Weg, 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 weg! Nächste Runde wird lustig! Er hat gerade auf mich die Ball ab, der Arsch! Ja... Geh mir aufm Weg! Siehst mir... Diese Ponys, ey! Ich sag mir, die nächsten 6 Runden werden sehr lustig! Ich mob den aus dem Projekt! Ich find das Pony nicht! Wo ist denn das Pony hin? In Valhalla! In Valhalla! In Valhalla! Und ich weiß, dass du's gefunden hast! Alter! Ich blase den Arsch weg! Ne? Und weil ich weiß, dass du das Pony gefunden hast! Ne, wieso? Wegen dem Radar! Deine Nestposition wurde direkt neben ihm aktualisiert! Dann ist dein Radar wohl falsch! Ne, eigentlich nicht! Scheiße! Hat wohl nicht geklappt, ne? Das ist immer ein Hack! Ich würde, dass das Pony gewinnt! Alter! Versteckst du dich jetzt, oder was? Nein! Ich warte eigentlich auf die Aktualisierung vom Radar! Ach so! Ich bin noch ein bisschen weiter runter, das ist gesund! So! Alter! Ah, das war doch geil! Warum hört niemand auf mich? Ich sag euch die ganze Zeit, komm, wollen wir ihn töten? Wollen wir ihn töten? Wollen wir ihn töten? Oh Gott! Ja! Aber du hast schon einen Chicken oder so geworfen, oder nicht? Was? Ja, das Chicken habe ich geworfen, aber ich wollte es eigentlich auf das Klassenzimmer werfen und dann ist es auf einmal am Geländer vor mir abgeprallt und ich dachte mir so schnell weg, das Hymnchen steht direkt vor mir am Boden Ja! Ich sag's gerne nochmals, wenn ich Traitor bin, bist du der Erste, der Stopp! Ne, dazu brauche ich kein Trader sein, es muss nur das Preparing ablaufen Ich bin ein geiler Traitor Es ist unhöflich, jemand mit einem Satz zu unterbrechen Ja, aber ey, das ist voll unhöflich Shit happens, RAYON! Chris Ballard! Chris Ballard! RAYON, du hast nicht angeballert! Ja, hab ich! Was ist das hier eigentlich? Wieso ist das hier in Grafik? RAYON! Chris ist tot! Du hast ihn erschossen Ja, du darfst mich gerne töten, bitte! Komm, ich halte den Arsch hin! Ich vertraue Spezi Ist ein guter Traitor Ich wollte gerade sagen, glaubst du, ich bin wieder Traitor Traitor schon 50 Mal Traitor Ja! Der Chris, ne? Wir mobben den jetzt aus dem Projekt Einfach vom Server gekickt und fertig Am eigenen nämlich Spezi ist da Wo ist das Pony, Spezi? Ich lebe noch! Ich lebe noch! Spezi ist cool! Chris ist scheiße! Aber das Pony ist wounded! Ja, ich habe eine kleine Rangelei mit Chris gehabt Der war aggressiv Ich weiß auch nicht Der kam mir nicht gut rüber gerade Der war aggressiv! Au! Alter, er schießt! Ich glaub, er ist es! Er hat auf mich geschossen! Ähm, wohn mal, ich kenne die Traitor Waffe Nein! Nein! Oh, Scheiß! Ich kenne die Traitor Waffe, dass er immer wach hat Hey, aber davon stimmt man ja eigentlich nicht, oder? Davon stimmt man nicht! Ach, das... Stand es dabei? Ne, ne! Ich mag das Pony Trost, der Chris ist es! Halt im Maul! Ne, ne, ne! Du bist tot! Hallo, Pony! Wollen wir nicht Frieden fließen? Hey! Was ist mit Pony Love? Mann! Du hast mein... Jetzt kommt die Doktorarbeit von mir! Doktorarbeit? Ja, jetzt kommt meine Doktorarbeit Doktorarbeit Doktorarbeit? Ja, Doktorarbeit mit Doktor Spiegel! Alter, du! Mach ich nur kleiner, weil du Schiss hast! Ne, eigentlich bin ich genauso groß! Nein, du bist scheiße! Halt im Maul! Halt im Maul! Halt im Maul! Halt im Maul! Mach doch die Scheiß Tür auf! Nein! Mach zu! Ich will da raus! Nein, davon nicht! Ich will sie! Jetzt wach doch nicht hier auf, Leute! Ne! Wir töten einfach wieder Chris! Alter, euer Ernst! Ja! Warum bist du hurt? Warum bist du hurt? Ja, weil ihr mich geboxt habt! Ich hab nix gemacht! Weil ihr mich gerade geboxt habt! Oh, ich hab nichts gemacht! Voll legitim! Problem! Chris, komm mal her! Was? Wo? Nein, ich geh da jetzt raus! Chris, wollen wir spielen? Nein! Chris! Tschüss! Du bist bestimmt Trader! Tschüss! Das bringt der Death! Hab den getötet? Nein, der ist runtergefallen! Lebt er noch? Weiß ich nicht! Ich hoffe nicht! Ich glaube... Vielleicht ist er da mit Absicht runtergesprungen! Der Doktor hat seinen Job nicht überlebt! Vielleicht ist er mit Absicht runtergesprungen! Ja, wahrscheinlich! Gucken wir mal! Oh! Was? Mein Bildschirm ist aus! Warte kurz! Peace! Ohne Scheiß! Peace! Ohne Scheiß! Geht wieder! Halt! Oh Scheiße! Wirklich wartet! Alter, ich hasse diesen Wichser, ne? Ja, aber ich dachte, wie der perfekte Moment so zu tun wird! Ja, aber ohne Scheiß! Der hackt den Sir! Man kann nicht so auf Traitor sein! Ich hab macht gar nichts! Ja, ne! Im Stream sieht man schon so ein Hacking-Tool rechts oben, ne? Der heißt doch mal der, äh... Ich mach jetzt den Stream an, weil ich weiß, ob Traitor bist! Halt's im Maul! Nicht, halt nicht das Maul! Alter Mario! Wie lautet die nochmal? Ademax, ich möchte auch... Äh, shukiarmy.voiceserver.me Warum sagt ihr die jetzt öffentlich und das Passwort nicht? Dürfen doch alle kommen! Weil, ja, der TS ist sowieso öffentlich, also... Ach so! Der TS ist öffentlich und das ist das Passwort hier, lp- Aua! Allein aua, dirt wurscht! Da das darf kein GradewitzelessPN1 AuaLpa1999 Bitte-LP! Hi,tuier! Mach die Tür auf! Was ist das hier? Mach die Tür auf! Das ist ein Traitor-Raum, oder? Hallo? Ja, mach die Tür auf! Ja geht nicht, ichBin kein Traitor! Ne gar nicht, nein, weil ich auch nicht in den letzten 32 Runden innocent bin! Fecca Ment3 Mach die Tür auf und Maja! Mach die Tür zu! Mach die Tür auf oder ich töte dich! Du w enforst 3 Sekunden! Ok 3 Ich töte dich Töte ihn Töte ihn Töte ihn Wer hat jetzt wen getötet? Da kann ich töte dich Hab ihn getötet So ist fein Ich bin stolz auf dich 3 0 Cent Warum hast du ihn getötet? Ja Wo ist es? Ja ich hab ihn getötet Scheiße Daher Wo seid ihr denn meine Freunde? Was machst du denn Spezi? Ja du bist hier oben Guck mal hier unten Hier Pony Was? Wer war Traitor? Und durch random kills drauf gekommen Spezi Nein das war kein random kill Ja aber bei mir war es ein random kill Das mit Chris war vollkommen legitim Ja Ich hab gesagt wenn du bis 0 zählst und auf mich schießt Ja ich hab angekündigt Ich hab auf die Decke geschossen Tostüm du hast runter gezählt Legitim Ja und wer hat gesagt wenn ich Wenn ich bis 0 zähle und auf ihn schieße Er wollte kein Risiko eingehen und du selbst schuhe Wenn du es drauf anlegst Pech Hallo Mond Eier Weißt du wer der erste sein wird den ich jetzt töten werde? Ich weiß es nicht Deine Mutter? Ja natürlich ich töte meine eigene Mutter Warum denn auch nicht? Kannst du bitte mal ein paar Jährchen Kannst du ungefähr mal 30 Jahre zurückreisen und das dann machen? Hast du das Gefühl dass Mondmeier diese Runde Traitor ist? Ja wie gehts Warum hab ich das Gefühl dass Chris Traitor ist und das nur von dich ablenken will? Er schießt auf mich Ja hab ich doch gesagt Mondmeier Ich töte nur Mondmeier Ich töte nur Chris Vor allem Tod 100 pro Ja natürlich ist Chris Traitor Chris ist immer Traitor der manipuliert den Server Der Casus Traitor hat mich auf Ich hab nichts gemacht und er schießt einfach auf mich Ja ich vertrau dem Pony Wer war Traitor? Das war random Chris rechtfertige dich Das war legitim Chris jetzt begründet Los Ja du hast mich gerandomt Ja Rache gibt's hier nicht Ich hab gesagt 30 Oder zählt 3 2 1 Ja Das hat angekündigt Trotzdem war das random kill Nein das war legitim Das war trotzdem ein random kill Hallo Hallo ihr Wichsköpfe Ich töte dich jetzt einfach Chris Ja Du hast mich vorhin schon einfach getötet Nein Das war legitim Jetzt checkst doch endlich Ich töte dich jetzt einfach so Ja komm wir gehen jetzt alle auf Chris einfach so Ja Ja Einfach so drauf Gar kein random kill oder so Nein das ist legitim Leute aber ich will Chris töten bitte Nein Bitte Ich will Chris töten einfach so Das war richtig Spaß Leute wie Süßigkeiten Feuer frei Wo ist Chris? Ich bin nicht so vogelfrei Äh Wo ist Chris? Du hast auf mich geschossen Ich hab zurück geschossen Hast du ihn getötet? Hast du ihn getötet? Ja Warum? Weil er auf mich geschossen hat Wo bist du? Ich bin im Computerraum und der Bibliothek da Die Stadt Das ist in meinem Arsch Ne ohne Scheiß wo ist das ich komme und du tötet dich Ne ohne Scheiß wo ist der Pisskopf Das ist da wo die Traitor falle an der Decke ist Ich seh gar kein Traitor weil ich bin kein Traitor du Wixkopf Die ist genau wie in meinem Kopf Ja Ach hi Da bist du Ja hey Specification Ich vertraue dir Also weil ich Chris hasse Ja bestimmt Sag der Chris Sag der Chris Ich zieh die Bibliothek nein Ich zieh einfach alle Türen durch Ich zieh die Bibliothek Hier ist zu Geil Ich bin da draußen Wo bist du? Jetzt bin ich wieder drin Ich bin beim Eingang zur Bibliothek Ach Gott Wie sie sich auch noch versteckt ne Ich versteck dich nicht Ich versteck dich nicht Die stehen in der Bibliothek Der größte Raum in dem ganzen Shit Boah soll ich wissen wo der Shit ist? Genau woher soll er denn wissen wo der Shit ist? Ja ohne Scheiß Ja einfach in Richtung von dem Shit Dann findest du den Shit Ja ich seh das nicht Wo ist das? Oh ne geile Waffe In deinem Arsch Ne da bist du nicht Das wüsste ich wenn so ein Kleiner am Möbel in meinem Arsch wär Seid ihr hier? Nein das seid ihr auch nicht Wo seid ihr denn? Geh hier raus ins Freie Nein das seid ihr auch nicht Wo ist der Wichskopf? Wir sind immer nur versteckt Hier heroben über die Rale Ja über die Rale Da oben steht da Lade ich geh hoch Weil er geil ist Checks doch endlich So einer von euch ist Traitor Warum bist du jetzt hier? Spezi wir könnten doch einfach töten oder? So und hier ist die Traitorfalle über meinem Kopf Aber tun wir das? Alter Spezi bleibt doch mal stehen Hier hier Hallo Leute Hier Spezi stehen bleibt Hier oben ist die Traitorfalle über meinem Kopf Was? Ich kann ihm grad nicht folgen Wo ist er überhaupt? Alter Spezi bleibt doch mal stehen Wieso? Da wo ich jetzt stehe und baller ist die Traitorfalle Wo ist Chris? Und ich hab keine Munition mehr Chris hi was machst du so? Ich stehe unter der Traitorfalle Wollen wir drüber reden ne? So Hä? Das war legitim Ernsthaft man So Arschlöcher davon mobben Das ist wie in der Schule Ok da ich dich nicht gerandomkilled hab Sondern du mich wieder gerandomkilled hast Da hab ich jetzt zweimal zurückgerandomkilled Du hast mich angeschossen Ich hab zurückgeballert Ich hab niemanden gerandomkilled das war legitim Ich war einmal in 83.000 Runden Traitor Scheiß Hacker Falalala Schalala Wir mobben den vom eigenen Server So wie in der Schule Die Kipps zum Mobben bis sie vom Hausdach springen Ach Andy Max hi Ich hab euch gespannt zu Redet mal weiter Ich töte jetzt Chris weil ich bin schon viel interessant ne? Wo ist Chris? Ich will ihn töten Spätzig schiefst auf irgendwas Wo ist Chris? Hi wir müssen Chris töten Irgendwas passiert hier? Weiß ich doch nicht die das kräftige die größer er erster ein mein Name erster 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 war bestellen ich darf das fick dich also ich denke ich werde es ja er ist bestimmt ein Traitor BTR auf andere zu erschießen ich habe noch gar keinen erschossen ich auch nicht dann hört trotzdem Animax Hi Bist du Innozent oder Traitor? Klapper Schieß mal mit dem was du da nicht in der Hand hast ich habe Fisch das ist eine Pistole aber keine Sorge Schieß mal Ah Was höre ich? WC Ich verfolge den Dino ich mag den Schubbenschwanz Wunderbar Ich gucke zu dir ja Ja Chris findet der ist tot der war aggressiv Was sind denn hier Waffen? Ich habe hier nur so ne in den Klassenräumen Da hast du ne Waffe siehst du mal Was ist das Mädel? Ich verfolge einfach mal Dino der ist mir sympathisch gerade Ich mag den Wunderbar Wunderbar Ich bin völlig sympathisch Ich mag schuppige Schwänze Ja Sexy Sexy So muss es sein So soll ich mal meinen langen Schweiß um deinen Schwanz schwingen? Oh ja mach das mal Alter So mach dich sexy Ja hey Hi Hi Hallo Das sind Freunde oder? Ja das ist Spezi Hi Spezi Hi Das ist ne Mate Da gibt ja immer einen guten Anime den ich empfehlen kann Ja Den hab ich auch schon geguckt Echt? Wollen wir den gleichen? Wie viele folgen ähm Hatte ich das Anime? Weiß ich nicht viel Ich hab den Marathon geguckt um 10 Stunden Habe ich auch schon gemacht Ist richtig easy Ja Kann man machen Nebenbei einfach mal 30 Millionen Wasserblöcke in Minecraft abbauen für ne Map easy Ja Was soll ich da machen? Ich war hier rein weiße ganze Bunkeranlagen da an Bisschen wir trotzdem sympathisch egal was jetzt machst Mein kompletter Hate ist heute so vergangen wegen Chris Chris hat mich so in eine friedliche Stimmung gebracht Der ganze Hate wird auf ihn kanalisiert Hallo 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 ich hab meine Leiche gefunden Kinder Was? Ja Chris ist tot ich weiß ich hab ihn getwittert Der Dino war eine E und der Dino hat mich glaub ich angeschossen weil ich hab nur noch 70 HP Nein ich hab hier niemanden angeschossen Ich hab hier noch volle Munition 19 zu 20 und warum Weil ich vorhin einen Schuss losgelassen hab Ne der Dino ist im Netz Ach ja auf wen denn? In der Luft und dafür gibts nen Zeugen Ja ich hab gesagt er soll schießen weil ich wusste wissen wollte was er hat Ja irgendeiner hat auf mich auf jeden Fall grade geschossen als ich die Leiche untersucht Nein meine Munition ist voll Ja poste mal Ich kann ja gar nicht auf dich geschossen haben Ansonsten würde man das hören Aber Chris kannst du währenddessen mal den Server umstellen dass ich auch mal wieder Trader sein kann? Das wär nett Ich hab Angst spät sie läuft Ich kann den Algorithmus nicht umstellen Nö 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 du hast auch kein Algorithmus drin Sind festgelegte Werte die du da eingibst Die muss teuer das sein ok enter Ne so ist es doch Chris ne Wir könnten sie jede Folge machen aber dann wird's auffallen ne Chris Also da bist du schon ein bisschen schlauer geworden Nicht so wie damals Ponylar Damals 1950 im Schützengrane war das anders Hey die Bildschirme kann mir da gar nicht kaputt machen was soll denn dieser Betrug? Scheiße ne? Ja Ich wollte hier so richtig alles kaputt stehen Die Leute wir chillen hier oder? Ich hab nicht möglich in diesen Puff Ne ich hab Angst Geh jetzt hier rein Bleib dir mal draußen Damisch nochmal Ponies bei mir Pony wie ist die Pony sind hier ne? Hey Raus! Hey Ponies! Geile Schweife Hä? Wer hat das Licht ausgemacht? Spezi geh raus Spezi geh das Licht ausgemacht Geh raus oder ich töte dich Spezi töte dich Spezi 3 2 1 2 2 3 3 3 3 4 4 5 5 4 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 9 10 11 10 10 11 11 12 11 13 14 13 14 15 15 15 15 16 15 16 15 17 16 also ich weiß irgendwie auch nicht. Wo bist du denn, Animax? Ja, irgendwo hier bei der Treppe. Ach, woher soll ich das wissen? Ich lauf hier sowieso nur irgendwie rum. Ach, keine Ahnung. Hey, aber irgendwie ziehen da oben die Wolken zu. Ich glaub wir kriegen Regen. Ich würd sagen, ich geh dich mal suchen, oder? Warum glaube ich, dass mir das nicht so ganz geheuer wird? Ihr könnt doch kuscheln. Was macht ihr denn? Alter, ey. Diese Scheiß-Skins. Der Tisch war ich. Alpen! Alps! 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 Nein, nicht bei Chris mit Kindern. Ich hab mit dem S.W.A.T.S.K.E.S. die Identität von Spezi geklaut, aber ich musste den Scheiß-Skin als 10 Minuten suchen. Jokatan! Office Space! Slap! Terraception! Das Lustige gilt auch, weil er meine Identität angenommen hat, habe ich für ihn geredet. Ich bin dafür, wir machen mal alle diese Scheiß-Skins aus, dann ist das einfacher mit dem Advanced Disguiser. Warum? Der Haar scheiß drauf! Haar scheiß drauf! Heiß drauf!